So haben sie Harry Kane noch nie gesehen. Zum ersten Mal in seiner Profikarriere hat der Bayern-Superstar an Weihnachten ja frei. In England wird über die Feiertage traditionell weitergespielt. Und so versucht sich Kane vergeblich im Plätzchen backen, dann der Moment, den viele Fans auf Social Media feiern. Auf einen Silberteller, der verdächtig aussieht wie eine Trophäe, wirft der bislang noch immer in seiner Karriere titellose Kane einen neidischen Blick. Pures Comedy-Gold. Hintergrund des selbstironischen Clips? Es ist Werbung für den UK-Ableger eines Streaming-Riesen, der in Großbritannien die Premier League überträgt. Da muss natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt werden und Harry Kane wird ja jetzt schließlich erstmal einige Weihnachten lang Urlaub haben.